Hallo meine Lieben und Willkommen zu einem neuen Buchvideo von mir und es ist diesmal ein richtiger Buchtipp geworden. Da oben steht Dauerwerbesendung, weil ich mache hier jetzt unverschämt Werbung für ein Buch, weil es mir so gut gefallen hat. Es war ein Rezensionsexemplar, aber es ist wirklich nur meine Meinung. Ihr kennt mich. Ich habe keine Probleme damit Rezensionsexemplar abzubrechen. Okay, ich mache es nicht gerne, aber ich tue es. Und ich gebe auch mal wirklich wenig Sterne. Aber das hier ist ein Fünf-Sterne-Buch und ich freue mich. Ich freue mich so dermaßen. So, also es ist eine Dauerwerbesendung deswegen. Es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich über Bücher rede und ihr euch, ich euch in eurer Kaufentscheidung halt beeinflussen könnte. Und unten in der Infobox sind Links zu Amazon. Wenn ihr darüber bestellt, bekommen wir Prozente. So, und jetzt ist alles wunderbar transparent für euch. Ich habe das als Rezensionsexemplar E-Book bekommen und nein, es wird mir jetzt nicht gesperrt nach dem Lesen. Ich darf es also behalten. Ah, ja. Also, endlich reden über das Buch. Ich freue mich wirklich richtig darauf, weil ich es euch ans Herz legen will. Nein, nicht wirklich. Ich weiß, jedes Buch braucht sein Leser. Und nur weil es mir gefallen hat, muss es euch nicht gefallen. Aber ich möchte euch einfach von diesem Buch berichten, weil es Aufmerksamkeit verdient in dieser Welt. In meinen Augen. Weil ich mich so sehr darüber gefreut habe, es lesen zu können. So, also, es ist Fünf-Sterne, das hatte ich euch gesagt. Ich fand es unterhaltsam. Ich fand es lehrsam. Also, lehrsam. Ich fand es interessant. Und ich bin einfach begeistert. Aber worum geht... Also, ja. Egal. Worum geht es eigentlich? Es geht um Kirby. Kirby ist verlobt. Oder verlobt sich gerade in der ersten Szene. Mit Ted. Ted lebt an der Westküste der USA. Er arbeitet für Google. Und sie arbeitet in New Jersey. Direkt. Bumm. Andere... Andere Küste der USA. So, Fernbeziehung und so weiter. Aber Hochzeit wird geplant. Er hat versprochen, da jetzt sich einen Job in New York zu suchen, um in der Nähe von ihr zu sein. Und, ja. Sie freut sich auf ihre Hochzeit. Und dann bittet... Also, bittet ihr Verlobter sie doch, sich mit seinen Trauzeugen zu treffen. Denn der gute John bräuchte vielleicht ein bisschen Hilfe bei der Planung. Okay. Macht sie. Klar. Es ist sein bester Freund. Er ist der Trauzeuge. Natürlich trifft sie sich mit ihm. Problem ist nur, dass ihr Verlobter ihr verschwiegen hat, dass der gute John im Rollstuhl sitzt. Und nicht nur, dass er seine Beine nicht bewegen kann. Er ist wirklich Canverschnitts gelähmt. Er hat Probleme mit der Fingermotorik und so weiter und so fort. Es ist wirklich... Und es ist für sie ein absoluter Schock. Weil er halt ihr Verlobter hat immer nur vom Camping erzählt, was sie gemeinsam gemacht haben. Und, ja, alles diese Outdoor-Activities und so weiter. Aber nichts von Rollstuhl, nichts von diesen Sachen. Und sie kommt da hin. Sie ist absolut unvorbereitet. Verhält sich deswegen auch ein bisschen tollpatschig im Umgang mit ihm. Sie ist sehr unsicher auch im Umgang, wie wir es alle sicherlich kennen. Man will den anderen jetzt nicht irgendwie das Gefühl geben, anders zu sein. Auf der anderen Seite wird man dadurch auch gehemmt. Und er benimmt sich daneben. Punkt. Er lässt sie richtig auflaufen. Der gute John. Und warum tut er das? Weil er sie gesehen hat oder findet sie ganz toll. Und bei Frauen, die er ganz toll wird, wird er richtig fies. Wird er richtig widerlich. Er stößt sie gleich von sich weg und ist halt nicht unbedingt leidlich. Aber... Ihr könnt es euch schon erahnen. Entspinnt sich zwischen den beiden vielleicht doch etwas. Weil sie haben einige Ähnlichkeiten. Und das sind die Ähnlichkeiten, wo alle anderen sagen, oh Gott, wie kann man? Und die beiden sagen, es ist so toll. Und das ist zum Beispiel der Filmgeschmack. Alle so richtig miese Filme gucken und da so. Das mögen sie. Und ja, sie kommen sich im Lauf dieses Buches näher, wie ihr euch denken könnt. So. Themen in diesem Buch. Ihr habt natürlich das Thema Behinderung und Querschnittslähmung. Es hat mich nicht runtergedrückt, die Thematik. Es ist jetzt nicht so beschrieben. Es ist halt ein lockerer Frauenroman. Was heißt, Frauenroman? Also es wird... Die Autorin, glaube ich, steht vorne drin, dass sich Chiclet schreibt. Ihr wisst, ich bin kein Freund von Chiclet. Ich fand es jetzt auch nicht sehr chiclittig. Aber es ist halt... Es soll halt in diese Richtung gehen. So. Und ihr habt... Also es ist fröhlich... Was heißt fröhlich? Aber es ist nicht niederdrückend aufbereitet, das Thema. Es ist mehr so, dass es eine Neugierde in mir geweckt hat. Ich war gespannt, wie regelt er sein Leben. Ich habe hohen Respekt bekommen dafür, wie jemand mit Querschnittslähmung sein Leben führt. Was da alles zugehört, was wir überhaupt alle nicht bedenken. Das beginnt davon, dass man im Restaurant besser vorne einen der Plätze nimmt, weil man da nicht durch die ganzen Tische durchlavieren muss. Und es ist einfach ein riesiger Komplex, der einem ja, wenn man so eine Querschnittslähmung bekommt, halt entgegenkommt. Und es ist wie eine Welle und man muss sich ganz neu aufs Leben einstellen und das musste John auch. Und er kriegt halt so in Retro-Perspektive einfach, also dass er darüber nachdenkt, wie sich das alles entwickelt hat. Ja, bekommt ihr halt einiges von dieser Querschnittslähmung mit und einfach der Respekt steigt enorm. Auf der anderen Seite habt ihr natürlich auch ihre Unsicherheit, damit umzugehen. Und wie verhält man sich richtig, dieses auch nichts falsch machen zu wollen. Nichts, nichts, ihr wisst, dieses bloß sich richtig verhalten und dadurch total gehemmt werden. Ihr kriegt aber auch seine Minderwertigkeitskomplexe mit, dadurch, dass er ja überhaupt nicht, noch nicht mehr in Betracht ziehen würde, dass er attraktiv für eine Frau ist. Und ganz viele lehnen ihn auch dafür für seine Querschnittslähmung von vornherein her ab. Und man bekommt auch mit, wie er oftmals aufläuft oder einfach auch, wie es angesehen wird oder diese ganzen kleinen Demütigungen. Aber es ist einfach, ich weiß nicht, ob das dem Thema gerecht wird. Zwar, man könnte sagen, meine Patentante, also doch, eigentlich könnte man sagen, wenn ich getaucht wäre, ist meine Patentante, hat einen schwerstbehinderten Sohn. Aber der ist nochmal eine Stufe schwerer behindert als John. Der kann wirklich gar nichts, der kann nicht reden und der ist jetzt auch, ich glaube, 28 oder so. Aber der kann nicht aufrecht sitzen. Es ist wirklich schwierig, das Thema. Durch sie kenne ich mich ein bisschen damit aus. Aber ich möchte in keinster Weise jetzt sagen, dass das wirklich eine akkurate Darstellung oder so was ist. Da kenne ich mich dann wirklich nicht aus. Ich für meinen Teil kann nur sagen, es hat bei mir absolut den Respekt hochgeschraubt, nochmal. Ihr habt aber auch noch andere Themen. Ihr habt das Thema Männlichkeit zum Beispiel, was ich sehr interessant fand. Männlichkeit bei Partnersuche. Wie wichtig ist da wirklich die typischen männlichen Attribute dann auch zu erfüllen, wie zum Beispiel dieses Beschützen und Starksein. Dinge, die John einfach nicht ist. Und das alles zu hinterfragen, braucht das überhaupt in unserer heutigen Zeit einen Mann, wo wir nicht mehr raus müssen, um einen Mammut zu erlegen, so nach dem Motto. Ist das nicht längst überholt? Und auch dieses Liebe fernab vom Körper, dieses Vorurteile in der Gesellschaft. Es ist einfach sehr viel drin, aber es ist locker leicht verpackt. Ihr könnt es so durchlesen. Ich bin nur so durch die Seiten geflogen und es hat mir eine gute Zeit gebracht. Wie gesagt, der Respekt und die Neugierde standen für mich halt wirklich im Vordergrund. So, ja, die Protagonistin ist Kirby. Kirby ist Kuchenbäckerin, beziehungsweise backt Cupcakes beruflich. Sie ist spezialisiert da drauf. Sie guckt gerne miese Filme. Sie ist, ähm, ja, ein ganz normales Mädchen, könnte man so sagen. Aber sie arbeitet in der kleinen Bäckerei von ihrer Tante. Ihr durch die Trauer, weil ihre Mutter gestorben ist, hat die Tante sie halt bei sich aufgenommen. Ihre Tante ist jetzt ihre Ersatzmama. Und, äh, ja, um diese ganze Trauer damals zu verarbeiten, hat sie halt angefangen Cupcakes zu backen. Und das ist ihr ein und alles. Dann habt ihr John. Äh, John hat, äh, mit 25 diesen verheerenden Autounfall. Äh, es ist ein Unfall, den er nicht selbst verschuldet hat. Er ist jetzt querschnittsgelähmt seitdem. Er hat sich aber sein Leben, äh, wenn wir ihn kennenlernen, schon zurückerobert. Er kann alleine wohnen. Er kann Autofahren. Er hat schon sehr, sehr viel gelernt und hat sich wieder hochgerappelt. Er arbeitet in einer Softwarefirma. Und, ähm, ja, John ist, ist verbittert halt ein bisschen. Und er verhält sich nicht immer korrekt. Er ist ein bisschen sehr ruppig. Aber er weiß sehr wohl, dass er sich oftmals nicht richtig verhält. Aber es ist halt jetzt so seine Art. Ja, das ist, das ist halt er. Und dann habt ihr noch einen anderen Charakter. Also die anderen Charaktere, auch ihr Verlobter, sind eher nebensächlich. Sie sind, ähm, nicht besonders gut ausgearbeitet. Es ist, äh, nicht, dass ihr jetzt sagen würdet, da ist unheimlich viel Zeit, die mit denen auch verbracht wird. Ihr habt zwar noch die Tante, mit der sie ja die kleine Bäckerei hat. Ihr habt Ted, ihren Verlobten. Ähm, ihr habt noch eine beste Freundin, die sie hat, die, äh, jetzt schon sehr lange Single ist. Und, äh, sagt, sie nimmt jeden und will einfach nur noch einen Partner und so weiter und so fort. Aber als sie dann versucht, also unsere Kirby, äh, sie mit dem guten, äh, John zu verkuppeln, sagt die, ist das jetzt, bin ich jetzt ein schlechter Mensch, weil ich sage, ich will keinen, der im Rollstuhl sitzt. Und dabei weiß sie noch nicht mal, dass er auch im Oberkörper sehr eingeschränkt ist. So, ähm, ihr habt, äh, als Setting habt ihr New Jersey, äh, aber ihr habt zwar auch diese kleine Bäckerei, ihr habt ihre Wohnung, ihr habt seine Wohnung, ihr habt Restaurants. Aber letztendlich ist es nicht atmosphärisch beschrieben. Es ist nicht so, dass ihr dann da seid, dass ihr, das, es ist kein atmosphärischer Roman, deswegen, es könnte eigentlich überall spielen. So, dann, Besonderheit ist, dass es in der Gegenwartsform geschrieben ist. Ihr wisst, da bin ich heikel. Vom drei Monaten oder so wäre das Buch schon alleine deswegen nicht gelesen worden. Aber ich bin sehr froh, dass ich es gelesen habe, wie bei allen Büchern, die in der Gegenwartsform geschrieben waren und ich jetzt mich doch überwunden habe, mich einzulesen. Ich kam gut damit klar, ähm, ich war auch sehr, sehr schnell drin, obwohl es in der Gegenwartsform geschrieben ist. Ihr habt außerdem immer, dass, äh, aus der Ich-Perspektive John erzählt und Kirby erzählt aus der Ich-Perspektive. Ihr wechselt also dazwischen. So, ihr, ihr bekommt dadurch aber auch wunderbar die Einblicke, wie auch teilweise werden Situationen einmal von der einen Seite Also, es ist nicht immer nur eine vorlaufende, fortlaufende Geschichte. Manchmal bekommt ihr auch eine Situation von beiden Seiten geschildert. Einmal, wie es auf ihn wirkt und einmal, wie es auf sie wirkt. Was einfach, ähm, noch mehr diesen, ja, noch mehr dieses Innenleben halt zeigt, wie, wie Dinge auf sie wirken. Ganz klar, dass es das tut, aber ich fand's einfach passend in diesem Roman. Obwohl ich es sonst ja hasse, wenn dann nochmal die Szene nochmal aufgerollt wird. Aus anderer Sicht, das langweilt mich oft und nervt mich in Büchern. Aber hier fand ich das hundertprozentig passend. So, ähm, Humorspaß. Äh, ich weiß, dass es locker ist. Es ist ein leichter Ton. Ich fand's aber nicht lustig. Es war kein Buch, in dem ich schmunzeln musste oder wo ich gelacht habe oder so. Ich hatte meine Freude daran. Aber es war kein Humorbuch. Es war locker. Es war wirklich etwas, woran ich Freude hatte. Und vor allen Dingen war ich gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, inwieweit es sich vielleicht noch in Drama entwickelt. Und inwieweit es, äh, jetzt einfach, inwieweit da vielleicht Hindernisse weggeräumt werden zwischen den beiden. Und, äh, ja. Ich hab einfach Spaß gehabt, dieses Buch zu lesen. Aber es ist kein Humor für das Buch. Zumindest für mich nicht. Äh, die Liebe habt ihr drin. Wie gesagt, äh, es geht um die Beziehung. Es, äh, es ist auch eine Beziehung, die ja natürlich nicht von allen Seiten gewollt wird, ne? Also, äh, da sind dann die wohlgemeinten Ratschläge, die dann kommen. Freunde, die einen ja nur beschützen wollen. Vor schlechten Entscheidungen und so weiter und so fort. Weil, äh, es ja schon ein anderes Lebensmodell ist, wenn man jetzt sagt, ich verliebe oder ich hab mich in einen Querschnittsgelähmten verliebt. Oder jemand, der sagt, okay, ich glaube, ich habe mich verliebt und im Rollstuhl sitzt. Da kommen dann die Freunde mit ihren wohlgemeinten Ratschlägen. Ansonsten habt ihr eine, ähm, Liebe, die sich entwickelt über Freundschaft, die sehr auf Gemeinsamkeiten geht. Darauf da die, einfach an deren Freuden des anderen auch teilzuhaben. Das, was denjenigen ausmacht. Und einfach auch ein bisschen in dessen Welt reinzugehen. Und einfach, ja, und wenn ein Liebesbeweis in einem Buch ist, dass jemand das Wohnzimmer umstellt, damit der andere Platz daran findet, ist das doch sehr, sehr schön, oder? Und ein bisschen was anderes als diese großen Liebesbekundungen, die wir sonst immer zu lesen bekommen. Action und Spannung ist nicht drin. Also, es ist kein, es entwickelt sich nicht zu Mission Impossible oder so. Also, Actionleser werden da nicht unbedingt, äh, Freude dran haben. Ich habe gelesen, dass andere Leute halt Längen da drin empfunden haben, dadurch, dass das Leben von John erklärt wird. Ich fand das hochspannend. Also, das war für mich sehr, sehr interessant. Das fand ich, war keine Länge. Aber ich finde, wie gesagt, das ist ein Fünf-Sterne-Buch. Ich habe nicht viel zu meckern. Und Trägerwarnungen kann ich euch auch nicht wirklich geben. Wie gesagt, es hat mich nicht runtergezogen. So, dann kommen wir jetzt zu den, also von mir nochmal ganz, ganz große Empfehlung. Ich fand, es war ein anderes Buch. Ich habe es super gerne gelesen. Und es ist mir wichtig, dass auch so ein bisschen Rampenlicht mal auf dieses Buch fällt, weil es auch kein so bekannter Verlag ist. Ich glaube, der Verlag heißt Second Chance Verlag. Ich habe von dem vorher noch nie was gehört oder gelesen. Und ich finde es einfach, ja, ich finde es einfach wichtig, dass auch so kleine Nischenbücher mal ein bisschen Spotlight bekommen. Und es hat mir sehr, sehr gut gefallen. So, ähnliche Bücher. Als allererstes, ich glaube, ich weiß jetzt wirklich nicht, wo ich es einblende, ist Ziemlich beste Freunde. Ich glaube, das fällt jedem in Sachen Querschnittslähmung und Rollstuhl ein, wenn es darum geht. Es ist ein französischer Film. Ich weiß, dass es auch ein Buch dazu gibt. Es ist Jahre her, dass ich ihn gesehen habe. Es ist eine Komödie. Ich habe mich bestens amüsiert, obwohl es um ein sehr ernstes Thema geht. Und da bin ich ja immer Fan von. Ich mag es, wenn man auf fröhliche Art in ein schwieriges Thema erstmal reinguckt. Und ich finde, das haut viel mehr Mauern und Vorurteile weg, wenn man erstmal gemeinsam lachen kann und eine gute Zeit haben kann. Also, ich kann euch ziemlich beste Freunde empfehlen. Ich habe ihn aber nur einmal gesehen und das ist wirklich schon lange her. Also, so richtig fest bin ich da noch nicht mehr in Erinnerung. Ein Buch, das ich hochgradig motivierend fand, war von Andreas Pröwe, Erleuchtung gibt's im nächsten Leben. Das war damals ein Rezensionsexemplar. Und dieses Buch fand ich großartig. Großartig, weil ich gedacht habe, Sina, was machst du mit deinem Leben im Gegensatz zu ihm? Er hatte einen Motorradunfall, wenn ich mich richtig erinnere. Also, es ist hier ein Reisebericht. Es ist ein Erfahrungsbericht. Es ist also real, was er hier beschreibt. Er hatte einen Unfall und seitdem kann er halt auch nur im Rollstuhl sitzen. Und er macht sich auf und reist alleine um die Welt und hier in diesem Fall Indien. Und was er sich alles zutraut, was sich viele Leute, die normal gehen können, nicht zutrauen würden. Und er macht das und er geht mit schwierigen Situationen um. Und er lebt einfach sein Leben. Ich fand es hochgradig motivierend und hat mich sehr, sehr lange auch begleitet, dieses Buch geistig. Also, ich kann es euch wirklich empfehlen. So, ein anderes Buch, das ich euch empfehlen kann, ist Anna. Und lasst euch nicht von diesem Cover abschrecken, wenn ihr jetzt sagt, oh, alte Kamelle. Nein, es wurde jetzt sehr schön neu aufgelegt vor ein paar Jahren vom Löwe Verlag. Also mit so einer Ballerina, in Lauttönen und so weiter. Das hier ist die, es ist eine Buchreihe, das ist der Auftakt. Ihr könnt aber Teil 1, wenn ich mich richtig erinnere, unabhängig lesen. Als Kind hatte ich so einen kleinen Ballett-Tick und nicht, dass ich es gemacht hätte, aber ich fand das immer ganz toll. Und da war sicherlich auch diese Serie schuld, weil es wurde auch verfilmt. Und das war damals der Gassenfeger, wie Mar das immer so gesagt hat. Das war halt ein Mehrteiler, der damals abgedreht wurde. Und ich war so begeistert. Und Mar hat mir damals auch die Bücher vorgelesen, wenn ich krank war. Aber es ist eine tolle Geschichte über ein Mädchen, das Ballerina werden will, die auch wirklich richtig Potenzial dazu hat. Und sie hat dann einen Autounfall. Also ja, ihr Bruder, egal, wie es zu diesem Autounfall kommt, alles sehr dramatisch, aber sie hat ihn nun mal. Und sie kann sich nicht bewegen. So, und die Ärzte sagen irgendwann, das ist geistig, weil ihr Traum von Ballerina sein ist ausgeträumt. Und sie hat einfach keinen Lebenswillen mehr. Und dann ist da dieser Rollstuhlfahrer, Rainer. Und Rainer holt sie aus diesem Loch raus. Rainer ist derjenige, der ihr doch wieder Lebensmut macht. Und ohne euch zu viel verraten zu wollen, sie wird Ballerina. Und es geht dann halt auch in den weiteren Teilen mit ihr nach Paris und ich glaube auch nach New York. Und wir verfolgen einfach ihre Situation. Aber es ist ein Buch über Lebensmut. Lebensmut, es ist ein Buch nicht aufzugeben. Wenn man ihnen fällt, im wahrsten Sinne wieder aufzustehen, wieder an seinen Träumen teilzuhaben, sich aufzubauen, sich nochmal wieder was zuzutrauen. Und Rainer ist eine großartige, großartige, großartige Figur in diesen Büchern und auch in der TV-Serie. Also es gab, glaube ich, dann auch noch einen Kinofilm. Ich glaube. So, jedenfalls auch eine absolute Buchempfehlung von mir. So, und jetzt habe ich euch genug davon erzählt. Wenn ihr noch Tipps habt, die in die Richtung gehen, dann hinterlasst das bitte unten in der Infobox. Damit auch andere das lesen können und auch inspiriert werden von euren Tipps, die in die Richtung gehen. Ihr wisst, ich finde es toll, wenn man noch Bücher für sich entdecken kann. Also lasst uns und auch alle anderen wissen, was ihr noch so an Büchern dieser Art oder Film schon gesehen habt. Und ja, damit sei alles gesagt. Ich wünsche euch noch eine gute Zeit. Bis dann.